ARD Text im Auftrag des ZDF Das Besondere an den beiden ist, dass sie sich relativ früh dafür entschieden haben, Musik zu machen und nichts anderes. Das ist natürlich ein großer Schritt, alles andere hinter sich lassen und wirklich nur noch für die Musik leben. Und das ziehen sie halt keiner mehr durch bis heute. Der erste Mal, dass ich mich wirklich auf Pampot hatte, war ein paar Jahre lang, als ich mit Doppfire hatte. Er hat eine Konfronted-Track gefragt, und ich fragte sie, was das ist. Und seitdem, sie sind auf meinem Radar und ich spiele ihre Sachen fast alle set. In 2005 habe ich angefangen, aus dem Deep Dish-Sound zu brechen. Ich war wirklich auf diesem Weg von Neues-Discovery, in der versuchen, zu re-connecten mit meinen Untergrund-Routen. Pan-Pot-Musik stand wirklich für mich. Die Produktion natürlich finde ich super, weil ich spiele fast jede Nummer und jeden Remix von denen. Oder alle eigentlich. Und DJ-Tazen finde ich es auch super. Die Leute sind immer verrückt, wenn Pan-Pot spielt. Sie sind jetzt große Stärken. Sie gehören auf die großen Bühnen, das können sie, das können sie bedienen. Und sie können große Hallen füllen mittlerweile, und das ist genau ihr Sound. Auf den Punkt zu bringen, ist halt einfach Peak-Time-Musik. Wenn man den Clubs auflegt, dann hat man es als DJ nie so gern, wenn jemand was ins Handy eintippt, der das hinhält und da steht dann drauf, spiel mal was von. Mit die Einzelnen, wo ich mich darüber freue, sind eben Pan-Pot. Zum einen, weil es sowieso ganz automatisch und fast jedem Set von mir auftaucht. Zum anderen, weil ich dann sagen kann, was willst du denn hören? Ich hab alles. 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 Oh, so geht's. Oh, digitarian. Bis zum nächsten Mal.